So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 17. Januar 2022 gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen. Und natürlich die jüngsten Entwicklungen hier ganz besonders aus dem Wochenschluss hinsichtlich der Einzelhandelsumsätze, Retail Sales einordnen. Besonderer Tag heute, besonderer Tag deswegen, weil es ist Martin Luther King Day, das bedeutet etwas anders formuliert. In den USA kommt es im Future zu verkürzten Handelszeiten bzw. im US-Equities-Bereich Kasse zu gar keinem Handel. Das bedeutet also für Mind Trading zum Beispiel mit Fokus auf den US-Equities-Bereich, dass Mind Trading sehr wenig bis gar nicht heute stattfinden wird. Ich werde mich stattdessen eher vorbereiten für die kommenden Handelstage, denn dann geht es richtig rund. Dann haben wir nämlich den offiziellen, in Anführungsstrichen, Earnings-Kick-Off mit diversen, auch jetzt Financials diese Woche schon, die Zahlen liefern. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America beispielsweise, um Nummer 3 zu nennen. Aber wir haben zum Beispiel auch dann schon so eine Idee vielleicht, in welche Richtung es im Tech-Sektor geht. Netflix nämlich wird Donnerstag, ist es, nachbörslich Zahlen berichten. Auch darauf werfen wir natürlich einen kurzen Blick in dem Zusammenhang. Ganz interessante Konstellation nach dem Breakout, der dort ja im Ende des dritten Quartals, war es, 2021 stattgefunden hat. Sehen wir jetzt ein Wiedereintauchen in die Range. Das können wir vielleicht mal so ein bisschen nutzen, um dann wiederum einen Blick zu werfen auf die jetzt auch anstehenden und immer heftiger diskutierten, querstrich gespielten Spekulationen hinsichtlich der Zinsschritte seitens der FED. Und dann schon beginnend ab März tatsächlich, mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit, aufs Ausgehen vom FED Watch Tool, wie wir es gleich sehen werden, das in ein sich eher stagnierendes wirtschaftliches Umfeld. Das wirft so ein bisschen die Frage auf, in welche Richtung das Pendel jetzt ausschlägt. Also wir sind weiter auf einem schmalen Pfad unterwegs, in Anführungsstrichen. Und die Frage, die sich so ein bisschen mir mehr und mehr stellt, ist, in welche Richtung kippen wir runter. Wir können natürlich nur rein Spekulationen hier anstellen, aber nichtsdestotrotz mal versuchen, das ist das, was wir tun wollen, ein Bild eben abzustecken, was eben jetzt die aktuellen Treiber im Markt sind und ausgehend von diesen dann eben unsere Hypothesen formulieren und sagen, wenn das passiert, dann das, wenn das passiert, dann das und so weiter. Also, bevor wir offiziell starten, zunächst einmal der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im FED Trading, der kann gegen einen, der kann für einen wirken, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich damit zunächst einmal vertraut, also mit seinem eigenen Risikoprofil und dann auch mit den entsprechenden Schwankungen, die mit dem Handel, besonders innerhalb der Kapitalkurve, dann von gehebelten Finanzprodukten stattfinden könnten. Wenn man dann für sich feststellt, dass man das mal ausprobieren möchte, kann man das gerne tun. marcus.com.de, dort hat man die Möglichkeit, sich eine kostenlose, risikofreie Demo herunterzuladen, den Handel dann zu üben und dann ausgehend hiervon früher oder später, sollte man dann für sich feststellen, der Handel, das passt, dann entsprechend ein Live-Konto natürlich auch eröffnen. Alle weiteren Informationen zum FX- und CFD-Handel auf der Webseite marcus.com.de. Da findet ihr auch alle Informationen zur Produktpalette generell über FX- und CFD-Produkte hinaus, physische Aktien, ETFs und dergleichen. Nutzt gerne die Möglichkeit, Elena eine E-Mail zu schicken. Nutzt gerne die Möglichkeit, jetzt hier im Livestream des Events eure Fragen rund um die Märkte zu stellen, die ich euch gerne beantworten wollen würde. Nutzt gerne die Möglichkeit, auch auf meiner Webseite vorbeizuschauen, jk-trading.com.de, da gibt es tagtäglich eine Trading-Chatbox, wo ihr eure Fragen stellen könnt und die von mir beantwortet, aber auch von anderen Trading-Begeisterten eben beantwortet bekommen könnt beziehungsweise euch auch zu den Märkten mit denen austauschen könnt. Discord-Community beispielsweise, kontaktiert mich, wenn darüber hinausgehen, noch gerne auch bei Twitter, beispielsweise at jensklattfx, das ist dort mein Kürzel. Kurz überlegen, kurz überlegen, kurz überlegen. Ich glaube, das war es großen Teil, schickt mir auch gerne eine Mail. Aber jetzt blicken wir hier einmal so, einmal in die Handelsplattform. Wir sehen es jetzt schon bereits, ein verhältnismäßig dünner Handel, beziehungsweise nicht nur dünner Handel, sondern auch evolatiler Handel, den wir im DAX zu sehen bekommen. Ein Impuls auf der Unterseite, kurz mal in Richtung der 15900er-Region. Ich hatte das heute früh geschrieben gehabt, und zwar im Hinblick auf die 78er-Region, roundabout, potenzielle Unterstützungsregion, 870, 900, auf der Oberseite ist die 16.000er-Region. Was wir tun wollen, ist an dieser Stelle einen Blick erstmal hier jetzt werfen, also beziehungsweise ich werfe jetzt mal diesen Blick. Einen Moment. So. Ob hier alles gut gestreamt wird, das sieht aber schon mal sehr gut aus. Ich glaube, ich habe nicht guten Morgen geschrieben. Das muss ich noch ganz schnell nachholen. Einen Moment. Hier kommt das rein. Guten Morgen, Traders. So, das ist dann auch die Chatbox. Da könnt ihr eure Fragen immer entsprechend stellen. Für alle YouTuber, hier ist einmal der Link zu Twitch. Sollte es Schwierigkeiten geben, was auch immer, dann habt ihr einmal hier die Möglichkeit, euch entsprechend den Stream dennoch anzuschauen. Nicht, dass es die Schwierigkeiten jetzt irgendwie in irgendeiner Form erwartet gibt, aber nichtsdestotrotz machen wir es ja nie. Dann will ich ganz kurz einmal hier noch den Link teilen. Den muss ich mal ganz kurz erstmal hier kreieren, und zwar für die Discord-Community. Und hier den Trading-Bereich. So, da habt ihr auch die Möglichkeit, euch dann entsprechend auszutauschen. Wie gesagt, heute wird es relativ dünn sein, aber ihr habt schon mal einen Überblick auf jeden Fall, zum Beispiel hinsichtlich hier dieses Earnings-Kalenders. Den findet ihr dort beispielsweise, habe ich ihn schon eingestellt, mit der Übersicht dann der hier veröffentlichten Unternehmen jetzt in den kommenden Handelstagen. Also nicht heute, wie gesagt Feiertag, aber dann ab morgen vorbörslich bereits, Goldman Sachs beispielsweise, dort als möglicher Impulsgeber. Dann Mittwoch vorbörslich Bank of America, morgen Stanley, nachbörslich Alcoa. Dann haben wir noch diverse Airlines in dem Zusammenhang. Hier American Airlines, United beispielsweise. Vielleicht auch so eine kleine Idee, könnte ein bisschen volatiler werden vor dem Hintergrund. Jetzt natürlich auch der Frage, Omikron und welche Auswirkungen hat das dann entsprechend eben auf die Airlines in dem Bereich und auf ihr längerfristiges Geschäftsmodell. Aber hauptsächlich wird man feststellen, wenn man sich das hier anschaut, mit Ausnahme jetzt natürlich hier von Netflix, die herausragen, sind es halt viele, 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 viele Financials, die dort eben entsprechend anstehen. Und da macht es vielleicht dann auch durchaus Sinn, gleich mal hier XLF mit einzuholen. Das ist der ETF, der den Financial Sector abbildet. Da werfen wir dann später auch mal einen Blick drauf. Hat einen jüngst sehr, sehr starken Breakout gesehen und liefert auch so ein bisschen, besonders wenn dieses Momentum fortgesetzt wird, auch eine Idee dafür, wie viel Skepsis eigentlich erwartet werden sollte. Also das wäre schon mal so ein erstes Argument, was die Bullen ins Feld führen, in Bezug auf eben die Erwartung eines schärferen Rücksetzers, der da vielleicht früher oder später anstehen könnte. Wie gesagt, da blicken wir allerdings gleich drauf. Zunächst einmal starten wir hier mit dem DAX und eben der Besonderheit, dass heute dieser Martin-Loser-King-Day ansteht und dass infolgedessen eben der US-Handel sehr dünn verkürzt im Future-Bereich beziehungsweise dann im EQT-Bereich sogar gar nicht tatsächlich stattfindet. Grundsätzlich hat sich das Bild unwesentlich verändert. Wir haben am Freitag mal ein wenig Abwärtsdynamik noch mal zu sehen bekommen, also eine Rückeroberung der 16.000er-Region, die sollte es nicht sein, sondern stattdessen haben wir hier ein sehr, sehr choppiges Treiben tatsächlich zu sehen bekommen. Jetzt hangeln wir uns ein bisschen wieder in Richtung dieser Inflection um 16.000, also dieser blau gestrichelten Linie hier in diesem Fall. Schauen wir einfach mal, ob die Rückeroberung gelingt. Wie gesagt, Impulse seitens der US-Märkte, die wären dafür essentiell nötig. Ich glaube, das ist aktuell das wirklich Zünglein an der Waage hier, was dann auch der Wegbereiter für die weitere zu erwartende Price-Action ist, da die heute ausfallen oder beziehungsweise nicht dazustoßen oder wenn, dann nur sehr, sehr dünn dazustoßen. Tue ich mich ein bisschen schwer damit, eine nachhaltige Umg der 16.000 zu sehen. Auf der Kehrseite muss man allerdings auch sagen, auch die Bären, die scheinen hier eher moderat nur in die neue Handelswoche starten zu wollen. Nach einem kurzzeitigen Flush, den wir hier zu sehen bekommen haben, kein weiteres Abwärtsmomentum, kein deutlicher Push unter die 15.900er-Marke. Tatsächlich, und da kann man es auch schon erkennen, wie ich auf den 870er, 900er-Bereich komme, stattdessen bouncen wir eben entsprechend zurück. Also wir sehen hier die 900 als rundes Level und dann gebe ich immer gerne nochmal 20, 30 Punkte dazu und man kann dann hier erkennen, dieser Bereich ist es, das wären dann schon 40 Punkte, das wäre ein bisschen sehr arg viel, deswegen gehe ich da lieber dann auf 10 Punkte in diesem Bereich einfach als Region, wo der DAX wahrscheinlich gut unterstützt sein dürfte. Ja, und ja, wir sehen es, also wir pendeln seitwärts unspektakulär. Also das ist kein Umfeld, in dem viel Freude eben tatsächlich vorherrscht. Also Impulsgeber, wie gesagt, sind sehr dünn. Wir haben keine wirklichen News, die über den Ticker laufen, keine global makroökonomischen, weder Europa noch in den USA schon gar nicht. Wir haben keine impulsgebenden Quartalsberichte, die irgendwie Volatilität begünstigen. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn, Trading Setup, da würde ich mich heute zurückhalten, würde vielleicht eher die Möglichkeit nutzen, hier ein Setup zu formulieren, wo ich dann sage, das sind Niveaus oder das sind Level, die betrachte ich dann ab morgen und ab da sehen wir dann in Anführungsstrichen den innerfeuchtigen Start in die Handelswoche. Und ja, das ist die 16.000. Sollten wir die 16.000 rausnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist noch nicht wirklich viel gewonnen, so möchte ich das mal bezeichnen, weil wir eigentlich eher ein klar bullisches Indiz geliefert bekämen, sofern es gelingt hier, den DAX über 16.100 zu befördern. Das wäre das, was die Bullen auf den Weg bringen müssten, um dann weiteres bullisches Potenzial freizusetzen, was uns in Richtung Allzeithochs um 16.3 eben tatsächlich führt. Wir können erkennen, das ist ein grundsätzlich sehr, sehr neutrales Schaffen, ist schon seit geraumer Zeit, jetzt unabhängig auch davon, dass wir heute keine Impulse sehen, aber das geht schon seit geraumer Zeit so. Eigentlich, man könnte sagen, die gesamte letzte Handelswoche hier hat sich eigentlich hier darüber oder dahingehend unspektakulär dargestellt. Da gab es ein kurzes Aufschreien, so sage ich mal, als wir hier letzte Woche Montag diese Attacke auf der Unterseite zu sehen bekommen haben, auf die 15.700er Region, die wir dann allerdings haben halten können und wo dann eben mit den Äußerungen von Jay Powell vor dem US-Kongress in Bezug auf seine Renominierungsrede eben ein Bounce stattgefunden hat, weil sich dann gezeigt hat, seitens der US-Märkte, da kommt kein weiteres Abwärtsmomentum eben tatsächlich auf und weiter wirkliche Bullishness hat dann nicht stattgefunden. Jetzt ist natürlich dann die Frage, warum konnte darüber hinaus nicht weitere Bullishness auf den Weg gebracht werden, wenn doch eigentlich die Äußerungen von Jay Powell den Schluss zulassen, dass man geldpolitisch hier gewähr bei Fuß steht und tatsächlich, ja man möchte sagen, den Markt stabilisiert, sollte es in Folge der sich jetzt abzeichnenden Verknackung der Liquidität oder nicht nur der Rückführung der Anleiheraufkäufe, sondern zeitgleich eben auch Zinsanhebungen, die sich zeigen und dann auch entsprechend ein, wenn auch passiver, aber dennoch Run-off des Balance-Sheets stattfinden, also sprich eine Reduktion der aufgeblähten Fettbilanz, dass man dort aber dennoch diese Entwicklung natürlich genauestens beobachtet und dementsprechend entgegenwirken würde, sollte es hierzu in irgendeiner Form Verwerfungen kommen. Fakt ist, dass das nichtsdestotrotz eine Verknappung der Liquidität begünstigt, dass wir Rotationen zu sehen bekommen, beispielsweise aus Equities in Bonds zurück zum Beispiel, da müssen wir jetzt natürlich erstmal abwarten, wie sie sich dann darstellt und dann brauchen wir sicherlich auch etwas Geduld. Das wird dann in den nächsten Monaten, wird das erst offenbar werden, wahrscheinlich wie sich solch eine Rotation wirklich darstellt. Aber das sind dann alles so Gründe, weswegen der Markt dann vielleicht diese so leicht austoppende Tendenz eben fabriziert. In Bezug auf den DAX ist das, naja, ich schaue drauf, weil er eben unser Heimmarkt ist, aber das, was uns eigentlich mehr interessiert, was mich ganz besonders mehr interessiert, ist an der Stelle natürlich, was der Nersdeck produziert und den wir uns gleich anschauen. Also nochmal, die charttechnisch relevanten Level, 16.000 ist die Inflection, können wir die zurückerobern, gucken wir mal, wie es dann bei einer nächsten Attacke auf die 16.100 aussieht, Bruchhöher, ebnet den Weg Richtung 16.3. Auf der Unterseite, wenn wir diese grün geschlichtete Linie, das ist so die Region 15.800 Punkte, nicht halten können, ganz besonders, wenn wir unter die Tiefs fallen, die wir letzte Woche am Montag hier ausgebildet haben, dann sind weitere Abschläge denkbar, die uns im DAX zunächst einmal in Richtung, ich würde mal sagen 15.5 zunächst führen dürfte. Das ist so eine nächste potenziell relevant erachtete, von mir relevant erachtete Region, gegen die wir in der jüngeren Vergangenheit, wenn auch jetzt schon sicherlich über einen Monat her, aber nichtsdestotrotz ein Interesse gehabt haben, das wird der Markt entsprechend natürlich sehen, dass wir dort ein höheres Volumen in dem Bereich gehandelt haben oder mehr Zeit verbracht haben, so möchte ich es mal bezeichnen und unterhalb ist es dann die 15.000er Region. Aber schauen wir mal, also müsste ich aktuell eine Wette abgeben, würde ich eher die Longseite favorisieren, lasse mich gerne eines Besseren belehren, die Shortseite dann, wenn wir unter 15.8 brechen, Longseite bestätigend oberhalb von 16, eher wahrscheinlich allerdings auch 16.1 dann. So, ja, das zum DAX. Blicken wir einmal auf den Nasdaq, stark abgestoßen hat er sich noch nicht von der Unterseite, also sprich hier von der unteren Aufwärts-Trendkanalbegrenzung. Wir haben jetzt nicht den großen Meltdown gesehen, das war schon mal ein erstes marginal positives Signal, welches da gesendet worden ist. Also tatsächlich, als wir am Freitag hier reingekommen sind, 14. Wir sind ja schon gegen Donnerstag, zweiter Tag, beziehungsweise eigentlich über den gesamten Handelstag, so ein bisschen übergerollt. Donnerstag hat sich recht schwach dargestellt und die Frage, die sich dann besonders am Donnerstag nach diesem schwachen Handelstag, ja, stellte war natürlich, sehen wir jetzt den Follow-Through. Das war die Attacke auf die 15.5 und wir haben dann in diesem Zusammenhang natürlich uns die Frage stellen müssen, wenn die bricht, dann bricht potenziell auch hier die Aufwärts-Trendkanalbegrenzung, somit diese Kreuzunterstützung und dann, es ist noch nicht Land unter dann an dieser Stelle, aber es ist zumindest mal denkbar, dass wir mindestens die 200-Tage-Linie nochmal anlaufen. Die verläuft zu diesem Zeitpunkt ungefähr im Bereich um 15.000 Punkten. Das ist ausgehend von den aktuellen Indexständen, Index Readings, sind das nochmal drei, etwas mehr als drei Prozent Abschläge. Die wären durchaus vielleicht in der Lage, nochmal ein bisschen mehr Nervosität tatsächlich in den Markt zu geben und durchaus dann auch etwas, was berücksichtigenswert, so möchte ich es mal sagen, wäre. Wir konnten allerdings uns fangen. Also wir sahen zwar hier im europäischen Handel, da sahen wir eine Attacke. Es zeichnete sich, ein Gap Down zeichnete sich heraus. Wir waren nun relativ zügig, eben in einem ultra starken Opening Drive, haben wir gezeigt, dass wir offensichtlich, dass die Bullen nicht willens sind, diesen Bereich herzuschenken, haben dann eben entsprechend nochmal einen Retest gesehen und haben dann allerdings verhältnismäßig solide eigentlich den Tag beschließen können, oberhalb von 15.600 Punkten. Und das ist deswegen brisant, weil es eben dann auch in dem Fall bedeutet, dass wir eben hier oberhalb dieser Supportregion schließen und ein erstes Fünkchen von Hoffnung, besonders vor dem Hintergrund dieser sich deutlicher, restriktiver, eintrübenden Situation in Bezug auf mehr oder weniger Liquidität seitens der FED, dass der Markt dennoch diese Widerstandsfähigkeit besitzt, hier diesen Bereich verteidigen zu können. Erneut. Also eigentlich ist das ein recht starkes Signal gewesen, besonders mit dem Ausblick auf den Martin Luther King Day, mit Ausblick auf das verlängerte Handelswochenende, mit Ausblick auf die anziehenden Zinsen. Das ist in Kombination ein ganz passables Signal gewesen. Also es ist noch nicht ultra bullish. Wirklich positiv wäre ich tatsächlich erst, wenn wir hier diese türkisfarbende Linie zurückerobern und das ist dann recht rund gesprochen auch im Nasdaq, die 16.000er Marke. Wenn das gelingt, die 16.000 rauszunehmen, dann tauchen wir wieder in die Mitte der Range ein und dürfen dann soweit auch davon sprechen, dass wir die untere aufwärts, nicht nur Trendlinie, Trendkanalbegrenzung, sondern auch diese Rangebegrenzung nach unten verteidigt haben können und dass das eher nochmal eine Attacke wahrscheinlich werden lässt auf die Allzeithoß. Potenzieller Impulsgeber haben wir natürlich mit den Earnings, die anstehen, also besonders dann ab der nächsten Woche, den gesamten ZEG-Bereich. Schauen wir einfach mal, ob das gelingt. Wie gesagt, ein erstes positives Signal wurde meiner Einschätzung nach hier jetzt durchaus gesendet. Wir haben jetzt einen Anflug eines höheren Tiefs. Es gilt es noch zu bestätigen, wie gesagt, das ist die Rückeroberung der 16 an der Stelle, aber nichtsdestotrotz, auf den Abgabedruck am Donnerstag, in das dünne Umfeld, in das verlängerte Wochenende, erwartest du eigentlich eher nochmal Abgabedruck, dass die Marktteilnehmer vielleicht sich dahingehend positionieren, sagen, naja, ich will jetzt eine Position über das Wochenende auch nicht unbedingt halten, wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Und erwartet es eigentlich infolgedessen eher nochmal Abgaben und eher das Ansteuern sicherer Häfen. Und dass wir hier einen derartigen Kampf gesehen haben und dann an diesem Zusammenhang diesen Bereich haben, eben verteidigen können, um 15.400, beziehungsweise sogar oberhalb dann von 15.500 im Bereich um 15.600 schließen können, das ist durchaus eigentlich ein solides Signal. Wir können aber ganz kurz Folgendes machen. Ich will mal kurz hier die Queues aufmachen und will einmal das Volumen nochmal drunter legen. So, und wir schauen mal hier auch auf den Tag. So, den Kollegen nehmen wir jetzt mal aus. Das ist ja der ETF auf den Nasdaq. Das ist der ETF auf den Nasdaq und der ist deswegen brisant, weil er in Ergänzung zum Nasdaq Future dann eine sehr, sehr gute Idee auch liefert, wie denn die Umverteilung sich in diesem Bereich dargestellt hat, beziehungsweise das Interesse. Und was man erkennen kann, ist doch, und das ist etwas, das ist das, was ich mit Kampf meine, wenn man sich das genau anschaut, wir sahen schon hier am Donnerstag ein verhältnismäßig hohes bärisches Volumen. Also das heißt, diese Kerze, die wir gesehen haben, dieses Überrollen gegen die 93, beziehungsweise dann die 16.000er Region, die wir am Donnerstag gesehen haben, das ist unter einem verhältnismäßig hohen Volumen gelaufen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, da sind an diesem Tag 78 Millionen Stücke umgegangen. Und dann haben wir nach diesen Überrollen in das verlängerte Wochenende Käufer gesehen. Wir haben also im Bereich der Tagestiefs eröffnet, im Bereich der Tageshochs geschlossen, die Range, die hat jetzt ungefähr eine ATR im Durchschnitt betragen. Also wenn man sich hier die ATR anschaut, für die letzten 22 Handelstage liegt ungefähr um 7 Dollar, ein bisschen drüber. Und das ist also noch nicht wirklich aussagekräftig oder brisant, aber was ich brisant finde ist, dass wir in diesem Bereich 80 Millionen Stücke gegen diese unsere Region hier gekauft haben. Das heißt also mit Ausblick auf eben dieses verlängerte Wochenende und diese Unsicherheit, die eben durch den Zinsmarkt und so weiter reinkommt, sehen wir trotzdem ein unglaublich hohes Interesse, offensichtlich der Marktteilnehmer, sich gegen diese Region hier long zu positionieren. Und das ist, ich finde, ein starkes Signal eigentlich. Ich will es nicht überbewerten, aber nichtsdestotrotz etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Wirklich problematisch wird es in just jenem Moment, wenn wir dann zurückkommt hier auf den Nasdaq, unter die 15.2 rutschen, unterhalb derer auch schließen. Das wäre ein klar bärisches Signal, was auch weiteres Abwärtspotenzial freisetzen würde. Aber solange das gelingt, diesen Bereich zu verteidigen, muss ich gestehen, geht meine Tendenz eher in Richtung Bounce zurück, 16.000 und close drüber. Was dann auch zeitgleich eben hier unterstreicht, weswegen ich für den DAX eher ein Long-Szenario eigentlich favorisiere. Und hier eher die Rückerhobung der 16.000 beziehungsweise im Bruch über die 16.100 der Marke sehe. So, wenn ich von Brisant spreche, ich mache schon mal Gold auf an der Stelle, als stark positiv eben zum Zinsmarkt korreliertes Asset. Wenn ich von Brisant spreche, dann ist es so, dass wir natürlich hier den Zinsmarkt aktuell uns anschauen sollten. Beziehungsweise ich mache noch was anderes. Also das ist jetzt einmal das Fat Watch Tool, wo wir gleich einen Blick drauf werfen, aber wir machen auch mal hier kurz nochmal die 10-jährigen Zinsen auf. Auch die haben einen relativ starken Drive gesehen. Ne, die sind heute zu, also die werden hier gar nicht, also die werden zwar auch gehandelt, aber nichtsdestotrotz, das ist die Entwicklung von Freitag, auf die wir uns hier fokussieren wollen. Da hat vorbörslicher Handel noch nicht stattgefunden. So, hier können wir das erkennen. 14. ab US-Markteröffnung 15.30 Uhr. Also die Zeitstempel 1,71% und dann haben wir den Tag beschlossen um 1,79%. Das sind acht Basispunkte ungefähr höher. Das ist eigentlich eine riesengroße Bewegung und wenn du in dieses anziehende Zinsumfeld, besonders im Tech-Bereich, eine derartige Bullishness siehst, dann siehst du eben, dass das eben gerade ein Wandeln auf des Messers Schneide im übertragenen Sinne ist. Diese Zinsspekulation, die spiegelt sich auch dahingehend wieder, dass wir eben hier beispielsweise im FedWatch-Tool jetzt sehen, dass die Marktteilnehmer mit nunmehr über 90%, also fast mehr als 9 von 10, also selbst derjenige, welche eine aus den 10, der jetzt mal bildlich gesprochen eigentlich eher davon ausgeht, dass die Fed den Zins noch nicht anheben wird, selbst der ist nicht ganz sicher und geht tendenziell eher in Richtung Zinsanhebung, um es mal anders zu formulieren. Und was ich jetzt in dieser Konstellation eben interessant finde, ist, dass der Markt es offensichtlich schon als abgemachte Sache im Grunde genommen sieht, dass die Fed hier auf ihrer Sitzung dann im März, nicht jetzt hier im Juni, äh im Juni sage ich schon, im Januar, die findet statt nächste Woche Mittwoch, also das heißt am 26. Da wird keinerlei Zinsschritt erwartet. Das ist auch nicht überraschend, ausgehend vom Umstand, dass die ja auch noch dabei sind, die Anleiheaufkäufe zu reduzieren, ihr QE-Programm zurückzufahren und in einer solchen Reduktion es eher ungünstig wäre, vielleicht schon so eine Art Panik irgendwie suggerieren würde, wenn man jetzt in solch eine Reduktion dieses unkonventionellen geldpolitischen Experimentes Zinsannehmungen auf den Weg bringt, in Folge ganz besonders dann im Zuge der anziehenden Inflation. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück hier auf die März-Sitzung. Da sind die Anleihen dann zurückgefahren. Das ist das letzte Meeting, wo dann eine Rückführung auf den Weg gebracht ist und dann in dem Zusammenhang wird gleich mit über 96%iger Wahrscheinlichkeit, oh jetzt sogar, ich habe gerade eben, waren wir noch bei 86, jetzt sind wir sogar bei 97%, also fast alle, fast der gesamte Markt. Hier ausgehend von den Optionsmärkten, ausgehend, wovon man diese Wahrscheinlichkeit hier extrahiert, um diese Balkendiagramme zu erstellen, geht jetzt davon aus, dass die FED an den Leitzins schon um 25 Basispunkte wird anheben. Wir können mal weiter die Schritte machen. Wir gucken mal hier im Juni. Im Juni erwartet man einen zweiten Zinsschritt. Also das ist das Niveau, was wir nach dem März-Meeting haben sollten. Hier sieht man dann den Balken mit einer Wahrscheinlichkeit sogar von ebenfalls fast 90%, dass es da einen zweiten Zinsschritt gibt. Dann gucken wir mal im September. Da sind wir auch schon bei über 70%. Das sind dann diese Balken hier. Ja, und dann Dezember. Also da sind wir dann, der Markt, der fängt jetzt an, aggressiv einzupreisen. Der Markt fängt an, aggressiv einzupreisen. Dass die FED bis Jahresende auf ihren Quartalssitzungen, in Anführungsstrichen, also die sitzen ja alle sechs Wochen zusammen, aber auf jenen, die im März, Juni, September und Dezember hier ihre Leitzinsentscheidungen halten, ihre Meetings dann halten, erwartet auf diesen entsprechend jeweils eine Zinsannehmung 25 Basispunkte. Das ist brisant. Das ist deswegen brisant, weil es nämlich tatsächlich dann wiederum nochmal unterstreicht, wie resilient eben der Markt sich darstellt. Also besonders, wenn man sich den Tech-Bereich anschaut, der von billigem Notenbankgeld abhängig ist und jetzt keinen Abgabedruck auf der Unterseite sieht. Und vor allem muss man sich auch mal vor Augen führen, wir haben jetzt zum Beispiel am Freitag, haben wir ein Umfeld zu sehen bekommen, welches eher Sorgen nach sich ziehen sollte. Und wenn sich die Situation besonders konjunkturell und besonders hier auch im Einzelhandel weiter beginnt einzutrüben, dann könnte ich mir vorstellen, wird früher oder später es zu einem, ja, so einer Art Pushback kommen, so möchte man es sagen. Also, dass man diese Spekulation, die sich jetzt hier dahingehend darstellt, 25 Basispunkt Zinsanhebung auf dem März, auf dem Juni, auf dem September, auf dem Dezember-Meeting, dass man anfängt, das zurückzufahren, was wiederum zu einem recht starken Rücksetzer im Zins führen würde, sofern sich die konjunkturellen Zahlen weiter in diese Richtung bewegen, trotz weiter auch auf hohem Niveau stagnierender Inflationserwartung, beziehungsweise vielleicht gibt es auch hier so eine Art Top-Out. Also, das heißt, dass wir jetzt eher wieder in den kommenden Monaten so diesen Rollover-Moment sehen und dass wir eher jetzt so eine Art Peak gesehen haben, also Inflation erstmal eine Spitze gesehen hat, also zumindest aus den offiziell verkündeten Zahlen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir nicht davon ausgehen, dass der Preisdruck, der sich auf breiter Front für die Güter des täglichen Lebens bei uns allen zeigt, dass sich das jetzt irgendwie in irgendeiner Form auffällt. Aber es wäre denkbar, dass man hier vielleicht dennoch so einen Peak-Moment irgendwie zu sehen bekommt. Und das in Kombination mit einer sich eintrühmenden, eher übergeordnet konjunkturellen eintrühmenden Situation. Retail-Sales, die mit minus 2,5% month-on-month am letzten Freitag veröffentlicht worden sind, deutlich unter der Erwartung, erinnert euch daran, die hatten hier eine Erwartungshaltung für diesen Datensatz von minus 0,1%. Wir können mal ganz kurz gucken. Nee, Moment, Previous stimmt gar nicht. Stimmt nicht, Verzeihung, das war der vorherige Datensatz. Der ist mit 0,2 veröffentlicht worden und ist dann niedriger ausgegeben worden, revidiert worden. Ich müsste jetzt mal tatsächlich gucken, wo die Erwartungshaltung lag. Also wir liegen auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, ich glaube minus 0,8. Waren es minus 0,8? 0,8? Ich bin mir nicht sicher. 0,3? 0,4? Ich werfe die ganzen Zahlen so ein bisschen durcheinander, weil es auch einige sind. Aber, also, lange Rede kurzer Sinn. Fakt ist, der Datensatz, den wir jetzt hier gesehen haben, Einzelhändelsumsätze, in dem Fall ohne Fuel, also Gas bedeutet Benzin, beziehungsweise Automobile an dieser Stelle, auf Monatssicht, MOM, ist deutlich unter der Erwartungshaltung auf jeden Fall veröffentlicht worden. Und das ist deswegen brisant, das ist deswegen brisant, weil zum einen, wie ich es schon mal zu häufig eigentlich gesagt habe, zum einen ist es eben so ist, dass wir mit dem Einzelhandel eigentlich das Rückgrat der US-Wirtschaft haben, beziehungsweise des BIPS, das macht über 30% dieses Datensatz zum Bruttoinlandsprodukt eben tatsächlich aus. Und ergänzend dazu, der Einzelhandel eben auch ein relativ gutes Barometer eben dahingehend ist, wie sich diese Pandemie, Lockdown-Politik und dergleichen eben dann darstellt, in Bezug auch auf das Konsumverhalten eben und dann der Bevölkerung. Und dieser Datensatz, der hat eine unglaubliche Brisanz, besonders wenn eine derartige Enttäuschung eben hier widerspiegelt, die wir jetzt am Freitag zu sehen bekommen haben, besonders wenn man sich jetzt vor Augen führt, wir haben zeitgleich eine FED, von der ein geldpolitisch sehr restriktiver Kurs eigentlich erwartet wird. Also anders formuliert, wir haben eine Inflation, die anzieht, irgendwie austoppt, aber nichtsdestotrotz, auf zwölf Monate sich dennoch sehr wahrscheinlich mindestens auf hohem Niveau wird stabilisieren können. Zeitgleich ein stagnierendes Umfeld, das ist ein stagnationäres Marktumfeld eigentlich, in welches die FED wiederum plant, Zinsanhebung auf den Weg zu bringen. Das ist gefühlt nur schwer vorstellbar, dass hier ein sehr restriktiver Geld politischer Kurs sich herauskristallisiert, besonders auch vor dem Hintergrund vielleicht, der auch gesellschaftlichen Spannungen, die sich zum Beispiel in den USA zeigen und auch dem politischen Gegenwind, den beispielsweise Joe Biden sieht. Wir haben dort jetzt anstehende Wahlen. Wie heißen diese? Midterm Elections, glaube ich, heißen die, die jetzt anstehen. Das heißt also, da geht es dann auch um entsprechende Positionierung der Demokraten, querstrich Republikaner, besonders aber im Hinblick auf Joe Biden, der Demokraten, eben im Kongress, beziehungsweise im Senat an dieser Stelle. Und das ist etwas, was eben hier mehr und mehr die Frage doch aufwirft, ob es tatsächlich denkbar ist, dass die Fed diesen Geld politisch restriktiven Kurs fährt, besonders vor dem Hintergrund dieser Gesamtkonstellation, wie sie sich einfach in den USA darstellt. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen extrem restriktiven Kurs eigentlich, der sich hier herauskristallisiert, der eigentlich auch, und das ist das, was ich mit dem Wandeln auf das Messerschneider meine, der eigentlich auch gut ist für einen Flush und Push hier auf der Unterseite und Bruch aus diesem Aufwärtstrendkanal im Tech-Bereich dann. Und dann sehen wir allerdings, dass sich der Markt wiederum verhältnismäßig stabil präsentiert und vieles dieser Horkishness und dieses restriktiven Geldpolitischen Kurses eben bereits eingepreist sein dürfte. Sprich, anders formuliert, sollte sich die Situation weiter eintrüben, also sollte in diesem Zusammenhang beispielsweise die Fed sich dann irgendwie gezwungen sehen, hier zurückzurudern oder der Marktbeginn von der Fed einen solchen Schritt zu erwarten, dann wäre genau das eventuell, das bullische Fuel, um hier im Endeffekt diesen Push auf der Oberseite eben tatsächlich zu begünstigen und in dem Fall den Weg im Nasdaq in Richtung neuer Allzeithoß, aber eventuell auch im S&P auf neuer Allzeithoß eben zu befolgen. Der stellt sich, weil er auch breiter aufgestellt ist und nicht so einen ausschließlichen Growth im Fokus natürlich hat, sogar relativ stark da. Also Resilienz, wie gesagt, im Tech-Bereich ist das sicherlich wichtig, aber es ist eben auch im breiten Markt erkennbar, dass offenbar hier vielleicht sogar noch ein Stück weit eher eine unglaubliche Stärke sich irgendwie herauskristallisiert. Es ist zwar, wenn man sich das Bild anschaut, natürlich ein neutrales Treiben, in dem wir uns hier aufhalten, aber wir sehen kontinuierlich eigentlich auf diese kurzen Flush-Out-Momente auf der Unterseite kontinuierlich eigentlich, dass da Nachfrage reinkommt und dass sich auch fortwährend höhere Tiefs ausbilden und sobald dann früher oder später eine Rückeroberung dann nach 4.700 beziehungsweise hier der 4.730, 740 sich herauskristallisiert, sind eigentlich weitere Aufschläge realistisch zu erwarten, während auf der Kehrseite natürlich hier die Möglichkeit eines Bruchs aus diesem Aufwärts-Trennkanal übergeordnet auf der Unterseite ansteht und dann nochmal ein Test der 4.500er-Regel. Und das wäre dann auch hier dieser Bereich der Dezember-Tiefs. Aber bis jetzt konnten wir uns dem relativ gut entziehen. Also besonders, wenn man sich vor Augen führt, die Spikes der Zinsen zu Beginn des Monats Dezember, in den letzten Monatsbeginn hinein, die haben sich sogar jetzt auf höheren Niveaus der Zinsmarkt stabilisieren können, ohne dass es nochmal zu einem Retest kam. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche. Ich wäre da sehr vorsichtig und jetzt hier in irgendeiner Form das große Crash-Szenario oder dergleichen tatsächlich weiter zu skizzieren. Und ja, also ausgehend hier von, wie gesagt, die Vorgaben, die sehe ich weiter eigentlich eher von der Long-Seite. Sehr interessante Konstellation mit Sicherheit, was wir hier in Gold gesehen haben. Auch hier könnte es über kurz oder lang sich herauskristallisieren. Ganz kurz noch einen Blick. Dieses gerade skizzierte Szenario in Bezug auf diese stagflationäre Tendenz und auch diese Resilienz des Tech-Sektors, das lässt sich im Grunde genommen fast 1 zu 1, meiner Einschätzung nach, auf Gold anwenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Spike in den Zinsen auf der Oberseite, der nicht damit korrespondiert, dass wir hier einen scharfen Rücksetzer sehen. Also ja, wir sehen zwar Intraday eine erhöhte Volatilität und wir haben auch dann beispielsweise hier am Freitag zum Beispiel auf diese Retail-Sales-Zahlen, wir sehen es, einen kurzen Pop auf der Oberseite gesehen. Das hier oben links ist der 5-Minuten-Chart, also ein kurzer Pop beziehungsweise dann ein Überrollen und dann eher weiteren Abgabedruck, der uns hat recht deutlich wieder runter, unterhalb dieser potenziellen Ausbruchregion um 8,30 aus der Handelswoche gehen lassen. Aber der Markt, der wieder erholt sich relativ gut. Also mit Sicherheit jetzt durch das dünne Umfeld begünstigt, müssen wir mal schauen, aber wie sich das weiter darstellt. Aber ich finde auch hier eigentlich dieses deutliche Halten um bald von 1.800 US-Dollar, das ist eigentlich eher ein bullisches Signal. Und sobald sich, wie gesagt, hier dann beginnt wieder zu spiegeln, dass dieser restriktive geldpolitische Kurs, der jetzt recht aggressiv seitens des Marktes eingepreist wird, nicht wird halten können. Und die FED von diesen abweichen muss, sich restriktiv eben nicht so derart scheinbar, sondern eher expansiver darstellt, eher maximal 2-3 Zinseinhebungen im Jahr 2022 werden lässt. Das sind alles dann potenzielle Wegbereiter für einen stark bullischen Breakout, der uns hier über 1.830 bis in Gefilde 8,70 relativ zügig fühlen könnte, vielleicht dann sogar höher. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Breakouts ist meiner Einschätzung nach eher noch gewachsen im Laufe jetzt der letzten Daten, die reingekommen sind zu den Retail-Sales-Zahlen. Und wir können ja auch erkennen, also hier auf der Stundenbasis, Aufwärtssequenz, die sich jetzt beginnt, hier so herauszukristallisieren. Ich würde mal jetzt ganz grob sagen, solange wir diese Trendlinie halten können, beziehungsweise die 8,10, so diesen Bereich um diese Tiefs von Freitag beziehungsweise Donnerstag schon, bin ich eigentlich recht guter Dinge, dass da über kurz oder lang sich ein bullischer Breakout anschließen könnte, der dann, wie gesagt, mindestens den Weg bis 8,70, vielleicht sogar bis 1.900 US-Dollar-Profeil uns eben freilegen könnte. Goldshank fragt, nach Euro, US-Dollar und Öl, oh, Moment, jetzt hat er sich hier ein bisschen aufgehackt, da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Euro ist deswegen interessant, nicht, weil ich jetzt plötzlich ein Freund davon bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch weiteres bullisches Momentum freigesetzt wird, was uns bis in Gefilde um 1,1550, 1,16 führen könnte. Da werfen wir mal kurz einen Blick drauf, einmal hier, so, also das ist der Euro, US-Dollar jetzt auf hier unten Tagesbasis, hier oben ist der 5-Minuten-Chart, der für unsere Verhältnisse jetzt mal recht unspektakulär ist und hier oben rechts haben wir noch die Stunde. Also ganz kurz erstmal das übergeordnete Bild. Wir sind aus dieser Konsolidierung, die stattgefunden hat, auf der Oberseite ausgebrochen. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, rein saisonal betrachtet zum Beispiel, ist der Euro in keinem günstigen Umfeld aktuell. Also solch einen Ausbruch höher, den erwartest du eigentlich im Dezember. Also das hatten wir saisonal hier ja mal durchaus aufbereitet gehabt, saisonal betrachtet ist der Dezember da wesentlich besser und durch die ausgehend oder ausgehend von dann auch entsprechende Kapitalflüssen, die sich durch reale Kapitalflüsse, die sich durch Unternehmen, US-Unternehmen besonders zeigen, Specks Steueroptimierung und dergleichen und das hat nicht stattgefunden und dann siehst du allerdings von Beginn des Jahres eine Euro Bearishness, gleich zu Beginn des Jahres, die sich interessanterweise jetzt hier gar nicht herauskristallisiert. Das in Kombination mit, also diese Saisonalität, die eigentlich dagegen spricht, für diesen Break höher und auch die Entwicklungen aus politischer Perspektive beziehungsweise gesellschaftlicher Perspektive, die sich weiterhin ja zeigen, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich formuliere es mal ein bisschen groß, die Stimmung kippt, vielleicht ist das auch bewusst herbeigeführt, also wie auch immer geartet, ich könnte mir vorstellen, Stichwort Stimmung kippt, was das mit dem Markt zu tun hat, besonders mit dem Euro, mit den Devisenmärkten zu tun hat, ich könnte mir eben vorstellen, dass wir einiges noch an politischen Schwankungen eventuell zu sehen bekommen, wobei dann wiederum sich bei mir so ein bisschen auf die Frage, also zumindest in Bezug auf Deutschland die Frage stellt, welche politischen Schwankungen sollten sich denn abzeichnen? Also ehrlich gesprochen, es könnte man natürlich sagen, dass man zum Beispiel in irgendeiner Form erwartet, dass Herr Scholz irgendwie politisch in die Bredouille gerät, in irgendeiner Weise und dass da eventuell dann in Anführungsstichen Stimmung gemacht wird seitens der CDU, CSU, dass dann irgendwelche, weiß ich nicht, Misstrauensvoten da auf den Weg gebracht werden, das sind immer ganz weit zu spinnen und dann denkt man sich wieder, eigentlich sind alle Parteien, mit Ausnahme einer, alle auf Linie, so möchte man es bezeichnen, deswegen, also politische Unsicherheit aus der Perspektive scheint irgendwie nicht so wirklich realistisch ehrlich gesagt, man hat eher das Gefühl, dass die alle ins gleiche Horn blasen und dass dann irgendwelche Schwankungen jetzt dort auch switch irgendwie aus politischer Perspektive hierzulande jedenfalls nur sehr schwer vorstellbar scheint, also jedenfalls in meiner Wahrnehmung, aber vielleicht ist auch gar nicht Deutschland da so das Zünglein an der Waage, wir sehen ähnliche Entwicklungen ja über den gesamten europäischen Kontinent und eben beispielsweise auch im Hinblick auf die im April anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich und was ich dort vernommen habe, ist es jetzt gar nicht mal Marine Le Pen, sondern eine, ja und jetzt habe ich den Namen der Dame nicht, ich weiß nur, dass die eher im konservativ-rechten Spektrum anzusiedeln ist und dass die wohl laut jüngster Umfragen, was ich gesehen habe, bei einer Wahl oder beziehungsweise sollte sie in Anführungsstrichen in die zweite Runde kommen und gegen Macron direkt antreten, dass das wohl aktuell ausgehend von den Hochrechnungen wohl eine 50-50-Angelegenheit wäre. Das deckt sich auch relativ gut mit dem, was ich ja schon seit geraumer Zeit eigentlich in Bezug auf Frankreich und die Präsidentschaftswahl skizziere, nur mit dem Unterschied, dass ich eben hauptsächlich dort Marine Le Pen vom Front National eben tatsächlich sehe und den Umstand, dass sie dort wesentlich näher jetzt auch an die bürgerliche Mitte in ihrer Politik wohl herangerückt sein soll. Auf jeden Fall, und das ist das, um was es hauptsächlich in Bezug auf den Euro geht und meine Einschätzung, ist da einiges, was durchaus noch Volatilität in den nächsten Monaten auch im Hinblick eben auf die politischen Entwicklungen dort nach sich ziehen könnte und das ist durchaus etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte und was eben die Wahrscheinlichkeit auch erhöht, dass vielleicht dieser Ausbruch nicht unbedingt nachhaltiger Natur ist, sondern dass wir über kurz oder lang vielleicht hier doch wieder einen schärferen Push auf der Unterseite sehen. Aber, und jetzt kommen wir zum rein tradingtechnischen Aspekt, durch diesen Bruch aus dem Abwärtstrendkanal hier auf der Oberseite und auch dem Bruch aus dieser Konsolidierungszone hier und dem Halten jetzt oberhalb von 1,14, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist das meiner Einschätzung nach relativ bullisches, klar bullisches Signal eigentlich, was sogar weiteres Aufwärtspotenzial im Euro zum US-Dollar freisetzen könnte bis in Gefilde 1,15,50, 1,16. Also das ist durchaus denkbar, dass wir diese Gefilde hier weiter trenden, besonders eben, wenn es jetzt gelingt, hier über kurz oder lang höhere Hochs zu markieren. Also das wäre jetzt im übertragenen Sinne der Trade, den wir hier absetzen. Wir würden jetzt im Großen und Ganzen eigentlich diesen Retest hier, der 1,14,20er Region, den Bereich, in dem wir jetzt hier handeln, als Long Einstieg im Grunde genommen in Betracht ziehen und haben einen Stop relativ knapp unterhalb der 1,14, also vielleicht bei 1,13,95. Da hast du ein Risk, roundabout 30 Pips in diesem Bereich und das Ziel dann aus diesem optimierten Entry hier auf der untergeordneten Zeitebene ist, dass du hier auf der Stunde darauf gehst, dass wir über kurz oder lang höhere Hochs markieren und dann mit dem Bruch höher uns aufmachen in Gefilde bis 1,15,50, 1,16, wo ich allerdings dann aggressiver mit meinem Exit Management verfahren würde. Also das heißt, wenn ich jetzt solch einen Trade aufsetzen würde, ich bin grundsätzlich in Bezug auf den Euro und auch meine Erwartungen für die kommenden Monate, sechs bis neun, zwölf Monate, bin ich eher skeptisch. Ich gehe eher davon aus, dass wir ein realistisches Potenzial haben, deutlich zurück unter 1,10 zu rutschen. Setzt natürlich voraus, dass jetzt die FED nicht eventuell zeitnah tatsächlich dann hier eventuell ganz klar offeriert oder offenbart, dass sie in Bezug auf ihren restriktiven Geldpolitischen Kurs trotz anziehender Inflation dann doch nicht so restriktiv sich präsentiert. Aber auf jeden Fall ist es so, sollten wir dann hier diese hohe rausnehmen, würde ich eben aggressiver mit dem Stop-Verfahren beim Vorstoßen im Bereich 15,50, 15,70, 16 ungefähr, weil ich eben durch die Wahlen in Frankreich mir durchaus vorstellen könnte, dass einiges nochmal an Turbulenzen kommt und das in Anführungsstrichen so eine Art das höchste der Gefühl ist, was ich dem Euro zugestehen würde. Übergeordnet also längerfristig skeptisch Euro, eher Drop unter 1,10 kurzfristig durch den Break höher und das Halten No-Babdial 14, aber tatsächlich eher long. Ja, okay, sehr gerne, sehr gerne. Goldstein schreibt, ich habe die Trendlinie etwas anders gezeichnet, die schicke ich gerne in die Discord-Community, sehr, sehr gerne. An alle diesbezüglich, ich ziehe das nochmal ganz kurz hier rüber, ja, hier, das ist diese Discord-Community, Link hatte ich schon eingestellt gehabt, also gerne, gerne hier auch die Möglichkeit nutzen, ich fokussiere mich hauptsächlich eben auf US-Equities, wie man es hier ja erkennen kann, aber es gibt eben auch andere Betrachtungen. Dann, wie gesagt, in Bezug beispielsweise auf den Euro-US-Dollar, auf Gold beispielsweise und dergleichen, die da auf jeden Fall herzlich willkommen sind. Also postet die sehr, sehr gerne. Öl hatten wir noch, ne? Ja, genau, Öl. Wo haben wir denn Öl? Wo haben wir denn Öl? Da. Das ist jetzt am Crude Oil, WTI. Kommt wenig überraschend, diese Entwicklung. Also ich hatte, ich erinnere mich dran, wir hatten jetzt schon lange, lange Zeit hatten wir Öl nicht mehr so auf dem Schirm, glaube ich, oder weiß ich sogar. Ich glaube aber, wir hatten Öl Anfang Dezember definitiv mal auf dem Schirm, in Bezug auf den, ich demnach auch WTI, haben wir einen Blick drauf geworfen, nachdem dann Omikron hier auftrat und das dann zu diesem, diesem kurzzeitig sehr, sehr scharfen Rücksetzer, sogar Fall, in dem Fall unter die 70-Dollar-Marke eben tatsächlich kam. Und ich hatte, glaube ich, in dem Zusammenhang damals gesagt, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis- technisch nicht die schlechteste Idee wäre, hier diese Region als möglichen Long-Einstiegsbereich, wie auch immer geartet, dann, also Trading-Setup hatten wir, glaube ich, nicht skizziert gehabt, aber in Betracht zu ziehen. Und ja, wir können hier sehr, sehr durchgehen. Wir hatten zwischenzeitlich einen kleinen Top-Out gegen so 72, 50, 73 in diesem Bereich. Und nachdem wir diesen Bereich haben, jetzt dann hier rausnehmen können und uns, können wir uns, können wir uns nicht und uns, sondern können wir uns deutlich eben wieder bullish präsentieren und sehen eben jetzt den Zug in Richtung eben dieser jüngst ausgebildeten Hochs hier um 80, 85 Dollar ungefähr. Und ich muss auch gestehen, ich gehe eher davon aus, dass wir hier, dass wir hier vielleicht sogar über kurz oder lang vor einem Lauf in Richtung und auch zurück über 100 Dollar eben tatsächlich stehen. Was natürlich jetzt hier ganz interessant ist, ist, jetzt würde man sich die Frage stellen, wir sind schon relativ weit gelaufen. Das ist definitiv richtig, deswegen ist das hier jetzt so ein bisschen hakelig, einfach so einen Breakout-Trade auf den Weg zu bringen. Aber ich könnte mir vorstellen, vor dem Hintergrund der Signifikanz dieser Region hier, dieser Hochs, die sich dort im Bereich eben um 83, 83, 50 herauskristallisiert haben und die Gefühle, die wir jetzt hier vorgestoßen sind, ein Rücksetzer. Und dann halten aber diese Aufwärts-Trendlinie könnte CRV-technisch ziemlich interessant sein, weil wir nämlich erwarten sollten, dass sofern es hier einen Break über dann diese 83, 50er Region gibt, dass das dann eben der Wegbereiter für mindestens kurzfristig einen starken Momentumsschub nochmal auf der Oberseite wäre. Also sprich, ich würde aktuell, ich zeichne das vielleicht mal kurz ein, ich würde aktuell Rücksetzer in Gefühle dieser ehemaligen Hochs, beziehungsweise dieser Trendlinie hier, das ist so ungefähr die 82er Region, würde ich Long handeln wollen, mit dem Ziel, einen Bruch höher zu antizipieren über die, über die, machen wir mal 83, 50, 83, 50. Und das vorteilhafte an solchem Szenario, was wir dann eben haben, ist, dass wir auch ein klares Level haben, gegen das wir riskieren können. Also sofern wir dann nämlich hier einen Bruch dieser Trendlinie sehen, aller spätestens ein Fall unter die 81, diese Trendlinie also gebrochen würde, wäre kurzfristig das Bullische Momentum erstmal würde zum Erliegen kommen. Also das hieße nicht, dass ich nicht dann immer noch davon ausgehe, dass wir weitere Bullischen sehen und über kurz oder lang einen Break höher zu sehen bekämen. Aber zumindestens mal ist das so, dass wir bei einem Bruch dieser Trendlinie davon ausgehen sollten, dass eben erstmal das dann vielleicht zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau oder dergleichen kommt, wie auf den nächsten Impulsgeber warten, der uns dann eben aus dem Trade rausholen würde an dieser Stelle. Also das heißt, Rücksetzer gegen diese Gefilde, vielleicht auch ein Stück weit tiefer, das hängt so ein bisschen davon ab, also vielleicht auch 81,50 müsste man mal schauen. Rücksetzer auf jeden Fall gegen diese Trendlinie hier einhalten. Diese Aufwärtssequenz, dieser Struktur bietet sich durchaus an für ein Play, was darauf abzielt, ein Bruch höher und dann eben ein Push deutlich zurück über hier die 2021er Jahreshochs eben zu sehen zu bekommen. Wir hatten Uran-Aktien, hatten wir mal jüngst auf dem Schirm, haben sie ein bisschen, oh, Verzeihung, jetzt habe ich Mist gebaut, ich habe mich nicht verklickt. Und zwar hatten wir mal Cameco hier zum Thema gemacht, CCJ. Guck mal ganz kurz, wo steht die aktuelle. Na, der Follow-Through ist ausgeblieben bis dahin. Wir hatten die Aktie zum Thema gemacht und zwar hier, war das? 12. Oktober, kommt das hin? Ich müsste jetzt kurz gucken, 12. Oktober, war das ein Dienstag? Das ist nämlich relativ genau. Ja, das war ein Dienstag, genau. Weil das nämlich dann plötzlich in meiner Timeline aufploppte und weil das ein unglaublich hohes Volumen war ein unglaublich starker Move eben tatsächlich hier. Also das war zweieinhalb, dreifach, ATR oder dergleichen in diesem Titel hier. Und das hat mich deswegen ganz interessiert, weil das nämlich auch korrespondierte mit der sich abzeichnenden Koalition der Grünen im Hinblick auf das Abschalten eben der Atomkraftwerke beispielsweise, während zeitgleich besonders in Frankreich wiederum Wahl zum Beispiel Emmanuel Macron nochmal hier in Richtung wieder hochfahren, der der Atomkraft Energieversorgung dort des Landes Frankreich eben tatsächlich dann signalisierte oder beziehungsweise man da ablesen konnte, dass es ohne Atomkraft nicht gehen wird, diese diese aktuellen Entwicklungen auch am Energiemarkt beispielsweise eben abzufedern, so möchte ich es mal bezeichnen. Und das bringt natürlich relativ zügig dann die Spekulation, dass wir vielleicht dann hier einen ziemlich scharfen Run uns bevorstehend sehen. Also wir können, eins können wir definitiv erkennen, eventuell sind wir schon relativ weit gelaufen eigentlich. Deswegen ist so ein bisschen jetzt die Frage, ob da nochmal so ein bullischer Breakout wirklich stattfindet. Eigentlich vielleicht war der oder ist der Trade schon zwölf Monate her, als sich hier ganz klar herauskristallisiert hat, dass sie die 12-Dollar-Region haben halten können. Zwischenzeitlich hat sich die Aktie dann mehr als verdoppelt. Also nicht nur hier kam dann noch ein relativ scharfer Rücksetzer, sondern dann auch nochmal in den Jahresschluss hinein, 2021. Also das erst mal so ein bisschen die Sorge aktuell. Längerfristig glaube ich, ist das nicht unbedingt die schlechteste Idee, also besonders im aktuellen Umfeld. Auch zu den, oder ausgehend von dem jüngsten Einknicken eben hier nochmal dem Rücksetzer vielleicht einen Teil seines Portfolios hier in dem Bereich vielleicht zu parken, weil da durchaus nochmal eine verstärkte Nachfrage vielleicht sich auch dann herauskristallisieren könnte. Hängt sicherlich vieles davon ab, wie wir, wie wir, wie wir, welcher Zeithorizont da am ange, ab welchen abgezielt wird. Ich würde jetzt mal ganz grob erstmal sagen, und das haben wir in der Vergangenheit relativ häufig gesehen, die 200-Tage-Linie hier, die ich da reingelegt habe, die konnte bis dato immer sehr solide verteidigt werden und als Unterstützung fungieren, also eine Art Sprungbrett für dann nochmal einen schärferen Push. Also ich sage mal, Bereich 20, 50, 20, 70 vielleicht. Das ist Bereich um die 200-Tage-Linie. Wenn wir da nochmal einen Entry kriegten, dann wäre ich durchaus Willen, da nochmal ein paar Stücke zu kaufen. Stop läge dann knapp unterhalb der 20, würde ich mal sagen. Siehst du auch hier, also das ist auch ein psychologisch wichtiges Level, sollten wir das unterschreiten. Dann sind auch nochmal weitere Abschläge von mehr als 10% denkbar, die uns hier ein bisschen gefühlt um 18, 17, 50 vielleicht sogar führen könnten. Ja, und der Trade, der würde dann im übertragenen Sinne darauf abzielen, aber relativ schnell schon, der würde, also ein solides CRV dann auf der Oberseite, der würde dann sicherlich darauf abzielen, nochmal vielleicht die 28 anzulaufen. Also das heißt, wenn wir hier den Bereich um 20, 50 vielleicht, ja, oder 20, 80, wenn wir den bekommen, kommen wir hier ungefähr mit 80, 90 Cent Risiko in den Trade rein, gehen auf der Oberseite, auf die 28 nochmal als Bereich hoch. In dem Zusammenhang kam CRV deutlich besser 10 zu 1. Also das wäre schon solide. Wir haben ein klares Level gegen das, wir riskieren. Stichwort Energie. Vielleicht werfen wir auch nochmal ganz kurz einen Blick drauf. Und zwar einmal hier auf Bitcoin, beziehungsweise, obwohl Bitcoin ganz besonders, Ethereum nicht so, aber Bitcoin. Also hier sieht es solide aus. Wir arbeiten an einer Struktur steigender Tiefs in diesem Fall. Also wir können derzeit hier die 42 halten. Wir haben dieses Level ja zurück erobern können nach dem Flasch, sage ich mal, oder diesen stark bierischen Vorgaben in Folge anziehender Zinsen in den Jahresbeginn hinein und der kurzen Attacke auf und der kurzen Push unter das 40.000er Level. Haben dann uns oberhalb konsolidierend gezeigt, sind jetzt auf der Oberseite ausgebrochen und haben jetzt hier auf der Oberseite im Grunde genommen so ein Schlüssel Region 44.000. Dies gilt zurück zu erobern. Rücksetzer haben wir jetzt zu sehen bekommen auf die 42, die konnte gehalten werden. Und nunmehr ist das eigentlich, also das ist ein potenzieller Ausbruch vielleicht sogar, das ist eigentlich ein bullisches Signal. Sollte es jetzt gelingen, zügig die 43, 200, 43, 300 hier zurück zu erobern, uns dann in Richtung 44 zu befördern, vielleicht sogar höher, dann wäre zügig denkbar, dass wir sogar bis in Gefilde um 46.000 eben tatsächlich vorstoßen. Und das Level, gegen was wir hier riskieren, ist im Tragen sind auch ungefähr der 42.000er Bereich. Also auch hier CAV-technisch, wir wissen recht zügig eigentlich, wann wir falsch sind auf diesen Gedanken. Wenn wir jetzt auf solch einen Bounce-Trade erstmal gehen, das würde das übergeordnete Bild jetzt noch nicht deutlich aufhellen. Ich will das vielleicht mal hier ganz kurz diese Linie hier zweckentfremden. Also was wir gerne sehen wollen, ist natürlich ein Bruch dieser Trendlinie hier. Hier oben ignoriert das mal, das verzerrt so ein bisschen. Da sieht man auch, das sind Schlüsselbereiche, in denen wir hier gerade handeln. Das heißt also, ein Bruch höher ebnet eigentlich schon fast zwangsläufig den Weg in Richtung der 46er-Region. Besonders günstig wäre natürlich ein Schluss oberhalb von 46. Der könnte dann nämlich auch in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, je nachdem, weiteres politisches Potenzial freisetzen. Würde allerdings zunächst einmal diese Rückeroberung auch dieser 46er-Region erstmal zeigen, nicht nur wenn wir diese Abwärtstrendlinie hier brechen, sondern wir würden eben auch da diese 200-Tage-Linie zurückerobern. Was vielleicht auch aus rein charttechnischer Komponente oder Perspektive hier ein erstes politisches, klares Signal wäre tatsächlich. Ja, so, das wäre es, das wäre es soweit tatsächlich zum Wochenstart meinerseits erst einmal gewesen. Gucken wir nochmal final auf den DAX. Ja, wir hangeln uns aufwärts. Mal gucken, ob die 16 rausgenommen wird. Wie gesagt, Impulsgeber, Martin Luther King, der in den USA, Pulsgeber, allerfrühstens morgen. Heute US-Handel sehr dünn, also verkürzt bis gar nicht stattfindend. Verkürzt ist der Future. Das heißt, bis 19 Uhr unserer Zeit wird da der Future gehandelt. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann nur noch den DAX betreffend an der Stelle, der allerdings dort in der zweiten Tageshälfte natürlich immer ganz klar von den US-Märkten abhängt. Und in dem Zusammenhang sollten wir da keine großen Impulse erwarten. Kass ist komplett geschlossen, deswegen gibt es heute auch keine Intraday. Kass war Setups, Einzeltitel, die wir zum Thema machen. Wir fokussieren uns morgen dann auf den inoffiziellen Start, so nenne ich ihn mal, der Handelswoche. Und soweit meinerseits. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, aboniert gerne den Kanal, lasst gerne einen Kommentar unterhalb des Videos, wenn ihr Fragen habt zu weiteren Märkten, die ihr gerne betrachtet sehen wollt. Und wir hören uns morgen wieder gemeinsam hier mit Markets zum Morning Meeting um 10.30 Uhr, worauf ich mich riesig freue. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.